so mein lieben damen herzlichen willkommen hier bei spielrosch und zu einer neuen aufregenden folge von risa und wir sind jetzt in der küche gewesen letzte folge noch zu schluss und haben wir den küchen idioten gefunden und der uns einen topf gegeben hat womit wir drei stärke bekommen haben ich habe jetzt auch mal die karte studiert hier ein bisschen wie das ganze hier funktioniert weltkarte regionalkarte das ist dann halt die vulkanfestung das problem ist aktuell sind wir ja hier vulkanfestung und da haben wir hier diese diese aktuellen fälle also die erledigten stehen dann ja hier so aber aktuell sind wir hier dran da können wir haben wir vier quest offen besorgt sie ein kampfstab die prüfung des meisters brauchen wir noch nicht weil da sind wir noch lange nicht findet den mörder von hemmler wer das näherste nach dem kampfstab und das tolle festung ja das sind die zwei sachen mit meister hier und das da sind wir noch lange nicht also erledigt aktuell wäre jetzt erstmal besorgt ja ein kampfstab und dann müssen wir auf die quest karte gehen so und dann sehen wir nämlich wo wir hin müssen dieser bronco aber wir haben ja auch noch was anderes zu tun und das wäre findet den mörder von hemmler und zack erinnert sich das und wir müssen zum meister vitus gehen und wo der steht das wissen wir ja ja genau vor unserer nase also wir halten uns mal hier dran nun rekrut hemmler ist ermordet worden ja neuigkeiten sprechen sich schnell rum bald weiß die ganze vulkanfestung davon aber natürlich hat niemand etwas gesehen oder gehört das erschwert mir die suche nach dem mörder habe vertrauen in deine fähigkeiten wegen hemmler wann ist der mord geschehen hemmler wurde getötet als du angekommen bist seitdem hat niemand die festung verlassen wir müssen daher davon ausgehen dass der mörder immer noch hier ist du benutzt deinen verstand du bist eine gute wahl ja wir fragen natürlich alles warum ist hemmler ermordet worden das ist eine gute frage dort solltest du ansetzen wenn du das motiv kennst wirst du auch den mörder finden wo soll ich anfangen am tatort der novize kaspar ist verantwortlich für die schlafkammern vielleicht weiß er etwas er handelt auch mit vielen der rekruten dann bekommt er sicher einiges mit sprich mit ihm er soll dir helfen ja das mit dem prüfen das ist auch viel zu früh deswegen machen wir es erst gar nicht sondern widmen uns jetzt erstmal wieder der karte zu und zwar haben wir dann jetzt den auftrag immer noch findet ihr den mörder von hemmler ist ja klar aber nicht abgeschlossen das könnten wir jetzt weiter verfolgen indem wir zu kaspar gehen aber ich möchte zugleich auch das mit bronco erledigen und deswegen gehen wir zu bronco mit also ein bisschen abwechslung hin und her haben und was sehen meine augen eine kiste okay die sind abgeschlossen so dann machen wir den spaß mal hier mit bronco altes haus da ist was da mal ein schluck trinken hier nicht gucken arbeiten so du lappen ich habe mir einen stapel sorgt und willst du jetzt dafür einen orten ne 50 punkte erfahrung du lappen so weiter geht's ja ein orten würde mir gefallen du bist noch dümmer als ich dachte aber warte nur das werden wir dir schon austreiben du wirst jetzt lernen wie du deinen neuen starb richtig benutzt tucker william und kato sollen mit ihr trainieren und kämpfen wenn sie mit dir zufrieden sind kommst du wieder zu mir und mach keinen scheiß ich behalte dich im auge hast du das verstanden ja du lappen ich frag doch mal dumm wie war das jetzt noch gleich jetzt hör mir mal gut zu spieler noch ein blöder scherz ich werde dich so fertig machen dass du nicht verweist ob du eine frau oder ein kerl bist ist das jetzt klar ist der scheiße ja meister brauchen wir verarschen ja meister bronco dann ab mit dir und komm erst wieder wenn du trainiert hast das finde ich ehrlich ich mag das so für alle die es nicht wissen wir gucken noch mal auf die questkarte questkarte die grundausbildung so das bedeutet die drei hier sind dafür zuständig und wir fangen bei takka an ok nach meinen gespür war das hier rum und dann das ist takka hey takka hey du bist neu hier was den takka rekruter inquisition was für ein leuten leute die mich in ketten gelegt haben wollen jetzt dass ich für sie kämpfe scheint dir nicht zu gefallen denk doch mal nach wenn sie uns schon zum dienstrand ziehen dann ist die kacke am dampfen haben wir denn eine wahl nein alles was wir tun können ist uns vorzubereiten eine stunde training kann den unterschied zwischen leben und tod bedeuten wir sollen trainieren damit aus die ein guter starb kämpfer wird muss ich werde dafür sorgen dass du was auf die arme kriegst und wenn du trainiert hast machen wir einen kampf dann kriegst du die gelegenheit mir zu zeigen was du drauf hast ja okay das hört sich gut an ich will an meiner stärke arbeiten ach das sind jetzt diese ich verstehe wir fragen noch mal was was sind die regeln für den kampf sobald wir die arena betreten haben geht's los der kampf dauert so lange bis einer am boden liegt und wer die arena vorher verlässt ist ein feigling das ist schon alles ok hört sich gut an waren auch hier kann ich meine technik verbessern technik wird vollkommen überschätzt auf die stärke kommt es an also hilfst du mir wohl nicht dabei kann wohl nicht schaden wenn der jemand zeigt wie man den stab richtig hält ich schätze william kann dir dabei helfen gut das hört sich gut an bevor wir hier ich will an meiner stärke arbeiten was ausgaben machen wir einfach auf je stärker du bist desto stärker wird dein schlag mit starken schlägen beendest du den kampf schnell das ist es worauf es an längere kämpfe verschaffen dir keinen vorteil du kannst dabei nur verlieren ja also wenn du stark bist kannst du deinen gegner schnell fertig machen das so einfach ist ja ich will stärker werden ja für ein stärke punkt müssen wir 14 gold bezahlen und ein lernpunkt vergeben wir für plus fünf stärke 80 gold und fünf lernpunkte leute ja beim nächsten mal vielleicht also ihr wisst bescheid gold 329 lernpunkte haben wir 20 also daran sparen wir jetzt noch ein bisschen ja lasst uns mal gegen ihn trotzdem kämpfen das meinte ich nicht so entscheidung ja ja ich will gucken was du drauf hast du vogel warte mal eben wir speichern ist klar so und jetzt gibt's auf die fresse ich will gegen dich kämpfen na schön aber keine tricks ich will einen ehrlichen kampf und mach dir keine sorgen wenn du verlierst werden wir den kampf wiederholen da auch hoch ja ja alter verdammt das sieht nicht gut aus was hat denn der sich genommen alter was für gold er mir geklaut hat das geht gar nicht leute das versteht ihr doch oder das geht nicht was war das denn jetzt hier sind wir doch richtig das ist anscheinend die arena und hier könnte nur doch einfach runterspringen oder ist es glaube ich zu hoch hallo aber ja dann bist du tot genau da unten sehe ich auch ein paar geier es gibt bestimmt ein weg raus hier ohne dass man schon raus darf mal sehen wenn wir nichts schaffen hier wie es weitergeht oder wie auch immer was kommen wir bestimmt klar damit wir speichern mal eben schnell wegen der apfel ich werde bestimmt als dieb bezüglich muss ich den haben nein muss ich nicht gut dann da kommt direkt nach was willst du ich will mich nur ein bisschen umschauen kollege ja und oder ein bisschen braten guck mal ich habe kein fleisch da habe ich in der kiste gelegen hier ist gold hier ist ein schrank und ein buch dass ich nicht lesen kann okay da liegt ein apfel den schnappen uns auch und dann kümmern wir uns um den zweiten kampf nee wir müssen noch einmal kämpfen gegen takern das ist aber blöd wenn die jetzt mal das gold wegnehmen das gefällt mir aber gar nicht vielleicht sollten wir erstmal gar nicht kämpfen sondern einfach nur hey bruder warte mal was ist los du kannst den friedhof nicht betreten also geh wieder trainieren okay das machen wir einen anderen mal ich mach das nicht gerne wenn du weiter gehst muss ich dich verprügeln ja okay aber der darf doch auch rein naja gut wenn ihr tipps habt leute sagt es mir so wir gehen noch mal hier gucken vielleicht liegt jetzt hier was ich meine hätte früher was gelegen dann war es wohl eher anders so questkarte wir müssten ja takawa das william kato wir gehen mal zum william hi ich bin william hast du dich auch freiwillig gemeldet klar das ist gut es ist wichtig männer an unserer seite zu wissen die aus freiem herzen für unsere sache kämpfen ich hab meine robber gar nicht an wieso hast du dich freiwillig gemeldet du sollst mich trainieren du sollst mich trainieren tja also dann erkläre ich dir mal wie das hier läuft bei takka kannst du deine stärke trainieren ich zeige dir wie du mit einem stadt kämpfst gut ich bin zwar noch weit davon entfernt ein meister zu werden aber für ein paar grundsätzliche techniken wird schon reichen ok wenn takka mit dir zufrieden ist machen wir zwei einen kampf und und dann ja dann musst du nur noch gegen kato antreten aber sie dich vor der kerl ist ein ziemliches arschloch gut sollte kein problem sein ich will meinen kampfstil verbessern kein problem ich glaube wir gehen mal was aus sein wir ziehen uns erst den anderen also kämpfen mussten wir bis jetzt nur gegen den anderen gerade und das war takka das ziehen muss doch denn den kato rein weil du affe sie an die neue darfst du auch schon mit einem starb spielen ließ lieber ein buch dann tust du dir nicht weh frischli schwirr ab na warte freund ich habe ich gefressen aber sowas von jetzt wollen wir mal eben gucken können wir noch irgendwas zu uns nehmen was uns verbessert wir können mal zum schmied laufen ach guckt mal an küchenmesser zeigen hast du dieses messer schon mal gesehen da ist der blut an der waffe wurde damit etwa hemla umgebracht ich schon möglich und kennst du das messer oder nicht das habe ich mal geschliffen das ist eins von haarlux küchenmesser bist du sicher willst du mich beleidigen klar bin ich mir sicher was hast du denn so für waffen ich habe so einiges aber es gibt nichts umsonst aber es gibt auch eine gute nachricht alles was du so gesammelt hast nehme ich in zahlung sehr gut sehr schön ja dann zeigt mal mein freund genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus so hieb schaden 16 ja es gibt nicht nur diese stäbe es gibt auch richtig gute stäbe und meiner ist dasselbe ich möchte aber was loswerden ich brauche das zum beispiel nicht mehr so verkaufen genau auch diesen blöden knüppel brauche ich nicht ja da weiß ich noch nicht wir können auch den ring mal los werden sowie auch die perlenkette und was haben wir ring der energie das werden wir uns anziehen nicht verkaufen heldenkrone ist nur wichtig für gold eine wichtige komponente für mächtige tränke sehe ich denn wie viel gold er hat moment mal hat er hat gold ohne ende anscheinend gut jetzt kriegen wir schon 116 ja so sachen werden wir schön behalten t das auch ja das werden wir auch behalten weiß nicht wofür wir das noch brauchen so dann haben wir hier wieder was zum verkaufen gold wert was wert ist das weniger das küchenmesser brauchen wir was haben wir hier man kann ringe daraus herstellen das könnte bedeuten dass wir einen mächtigen ring herstellen können womit wir halt entweder stärke oder auch ausdauer herstellen können vielleicht oder aufwerten können deswegen werden wir ihnen garantiert nicht verkaufen perlen weiß ich auch noch nicht was es damit auf sich hat deswegen da kommt verkaufen war das einfach mal ja so alles andere halt mal fest hier diese hemmlers gold beutel kann man auch jetzt kann ich nicht verkaufen weil das brauche ich so was ist hier mit schrift eine magische kugel vertreibt die finster ist das halten wir natürlich fest ok sehr gut dann werden wir das machen wir haben kopp handeln waren kopp lernen handeln wir wir kriegen 139 gold dafür gold schmied zange wir werden sehen wie was benötigen werden kriegen werden mal gucken ja als erstes thema uns jetzt hier beenden erst mal das und was ist mit schmiede rohlingen kannst du welche besorgen frage mal was ist mit schmiede rohlingen kannst du welche besorgen ich verkaufe nur noch meine lagerbestände hier in der vulkan festung ist einfach kein bedarf dafür ich könnte dir welche herstellen allerdings müsstest du die rohstoffe schon selber herbringen okay das zu einem anderen zeitpunkt zwar zur nächsten folge bei riesen wenn wir hier an ort und stelle weitermachen bei riesen